ich will einen Blick auf die hostile Lebensformen hä? wo muss ich gar nicht hin? da muss ich hin das war schön falsch gelandet hier ah das war schon besser warum bringen wir hier ein bisschen Zeit drin? macht auch nix aber ich brauche auf jeden Fall schon mal ein Leo das habe ich gesehen aber nehmen wir einfach komplett Waffen wahr ich würde mich am liebsten erstmal um meine Orion holen keine Mods, Laser das Laser Visier machen wir drauf so, dann haben wir einen Tarn, Laser Standardgriff stabil, kann ich mich herstellen praktische Batterie große Batterie mit dem Tempestärker mit dem Tempestärker den Tempestärker ich will an das den Tempestärker den Tempestärker den Tempestärker nichts Wenn ich natürlich den Blau ändere. Standard-Bubbel. Kann ich nichts herstellen. Das geht auch nicht. Laser-Visier. Auch nicht. Reflex-Visier. Okay. Auf der können wir nochmal laufen. Lauf. Ja, nee. Reflex-Visier. Kürzlich weit in nähe. Schaltet einfach schon ganz gut. Den nehmen wir. Angriff mit Laser. Inter. Inter. Licht herstellen. Stabberkommission. Dichtmittel und Blei. Habe ich Dichtmittel und Blei? Okay. Dichtmittel und Blei. Blei haben wir. Und ich brauch Dichtmittel. Summer. Sie hat auch immer im Weg stehen muss hier, Alter. Das ist unglaublich. So, weich. Ist das hier, ne? Ja. Intern. Keine Mod. Kann ich noch nicht machen. Standard-Skin. Irgendwas hier nicht. Okay, äh... Coachman. Standard-Lauf. Laser-Visier. Okay. Standard-Magazin. Könnte ich erstellen. Taktisches Magazin. Was machen wir? White-Shot. Jetzt haben wir noch intern keine Mod. Ja, kann ich noch nicht machen. Ist schon mal ne Hilfe? Ist schon mal ne Hilfe. Dann haben wir noch diese Woche. Oh, hier haben wir gar keine Mod. Minimum und Nickel. Haben wir Nickel? Glaube ja. Ja, ist es. Wann kommt so? Nerv mich nicht. Du bist unhöflich. Einfach unhöflich. Ohne mehr. Ohne mehr. Na, ich kann kein Polymer herstellen. Das nervt mich total. Kann man das wohl für die industrielle Werkbank. Kann ich hier nicht noch irgendetwas... Warte mal, was brauche ich dafür? Ne, das ist ja dann nur das, ne? Leistung, Arzneimittel, das ist Essen und Waffen. Ausgetauscht. Fertigen. Das kann ich dann fertigen. Ich habe das Mikro hinterm Ohren, ne. Ich habe das Mikro hier. wie kommt vielleicht weil ich meine hand davor hatte vielleicht vielleicht außen der leist daran aber auspassen kann ich noch nicht wer weiß wer weiß ich habe mein micro ich habe mit mikro arm und sowas ich habe das ja nicht am headset zoologie waffentechnik ja ich muss hier eigentlich muss ich hier noch irgendwas machen damit ich das dann nehmen kann ich über sie noch machen 11 vielleicht habe ich auch was an den ohren keine ahnung analyse 40 meter das ist eigentlich alles so wichtig das ist halt boxen fitness energie waffen schwächung eigentlich würde ich auch das hier gerne machen dann können wir mehr mehr knacken anzug design machen wir das haben wir anzug design haben wir hier eine milch auch noch was wir herstellen können so helmhauts akku und dann sind wir hier fast fertig echt jetzt ein titan mehr noch mal der zieht sich das denn hier trotzdem alles raus das ist spannend anzug design eine mod schluss abschirmen im abschirmen das machen wir das ist ein mod das kann ich noch nicht das auch nicht kann das auch nicht Standards passt für mich kann ich nicht auf Fasern ich habe keine Fasern mehr halte ich gerade für ein Gerücht guck mal ganz kurz wir checken das wir haben noch Fasern wir werden wahr sein so Titan haben wir nicht Klebstoff haben wir auch leider nicht mehr Kupfer haben wir aber Kupfer Politextil Kupfer und Politextil haben wir doch Oba Kupfer dachte jetzt zieht sich das hier auch direkt raus das ist ja schade das ist schade dass er sich das nicht hier direkt raus zieht so aber wir können das hier machen das hier werden blockiert er das war klar Pyridium haben wir auch nur kein Titan und kein Klebstoff wenn du überladet wir sollten stoppen und priorisieren was wir tragen Psch mach ich voll der äh Ausrüstung den können wir voll um fertig nächstes blockiert natürlich ist der nächste blockiert so gucken wir hier nochmal ich glaube hier konnten wir nichts weiter machen ne ne Mod 2 brauchen hab ich hier noch nicht hier wollte ich nochmal da gucken Schutzabschirmung und den Rucksack da haben wir sauerstoffreserve bringt uns nicht so viel tatsächlich nicht nicht der spust du was ok und was das kann ich das herstellen ne ok hier nochmal ran und dann wollte ich hier mal ein bisschen nochmal bei unserer Pistolette hier Mündung Kompensator da können wir nochmal der Kompensator bewegt ja einfach gar nichts egal für den Mod intern keine Mod ok ok dann hab ich nix Skin vielleicht die gleiche Standardgriff halt auch ja die Cutter hab ich nur ein Skin ok äh können wir an der was machen ein Laservisier können wir hier ran machen kleines Magazin entstand und unerzieht das mindestens alle nix intern leistungsstark ok shattered shock vielleicht brauche ich an den Dingen wie äh äh eigentlich im Ideal aber doch lassen wir mal dran denn ich könnte das tatsächlich gebrauchen andere Kolben intern Stecherzug geht nicht und ein kleines die Breach Optik Optik Tick Boom Mündung Kompensator wenn wir drauf machen und ein Kondensator drauf so ein bisschen was wegballern hier taktische Kolben können wir nicht nehmen Standardkugeln praktisches Magazin ist natürlich geil und ja haben wir nix erschluss bleibt dabei ja passt ja passt kann ich hier nochmal äh so ein bisschen was so eine Suchdinger rausnehmen weil ich habe ja Polymer Klebstoff Klebstoff Polymer Tarn ich habe doch irgendwo noch Kupfer drin gehabt ne da kann ich das suchen kann ich das nicht hier rausnehmen warum kann ich das nicht rausnehmen das würde mich mal interessieren das kann ich nicht mehr rausnehmen hier das Projekt verfolgen kann ich nicht mehr rausnehmen das ist irgendwie ätzend ich kann das nicht mehr rausnehmen ich kann ich nicht mehr rausnehmen schade wär ja zu schön gewesen ne wär ja zu schön gewesen so industrielle Werbung das können wir aber auch nicht verbessern hier ne Polytextil eine Kohle Haben wir Kosmetikum noch? Dann können wir hier doch noch weiter machen Kosmetikum Also das sind gerade meine Bewegungen Und kein Kosmetikprogramm Nein Schade, haben wir nicht Hier packe ich mal die Hasern wieder rein Äh, Peryllium Leih Leih Lichtmittel Äh, Kupfer Äh, Kupferla Neon Und Polytextil war auf der anderen Seite hier Ja Dann ist der hier wieder richtig schön leicht Das ist doch schon mal was schönes So, was haben wir jetzt noch drauf Helium 3 Kaffeepackung Kobalt Kosmetikum Hier habe ich Kosmetikum Das war es aber auch Ja, viel ist das nicht Ja, viel ist das nicht Mäntel Kobalt Ja So, ja, hey Wir haben auch schon echt viele Quests gemacht, ne Würde ich sagen Geht mal, diese Touristen steht da Ähm Bringe Bringe Erste Kolonisten in Cheyenne zur Nähe Kessler zurück Na komm, machen wir Wir sind mal nett Wir bringen mal die ersten Kolonisten zurück Cheyenne Na Wir wollen nach Cheyenne Akila Ist das auf Bindi oder? Ah ne, hier auf Akila ist das Da Ich würde sagen Akila Warum würde jeder Wer würde jemanden wollen, irgendwo so ... ... alt ... ... ist außer mir Schubi, ich sehe das gerade aus, aber wir sind ... ja hier auch nicht Ähm, bei Wünscht dir Achso, wir sind ja auch nicht bei Wünscht dir was Entschuldigung Ich bin ein Trott Hahaha Ich habe jetzt gedacht so Er hat dir jetzt auch Tschüss gesagt Habe ich da was verpasst Hahaha Nein, habe ich aber nicht Hahaha So, die ersten Kolonisten Wollen wir das mal machen, ne Gehen wir da mal hin Lol Ja, ich habe auch Okay, ich habe gedacht Du hast auch schon gewünscht Ich habe mir das Wünscht dir was gelesen Und da dachte ich so Oh, ist das schon weg? Hä? Ich habe das gar nicht mitbekommen Hahaha Davis Ja, ich kann das auch manchmal nicht glauben hier du Ich komme immer wieder zurück Ich komme immer wieder zurück Und ich weiß nicht warum Oh, Heritage Museum Aha, das ist doch Hallo Hallo Ja, ich habe was für das Museum gefunden Ja, ich habe was für das Museum gefunden Let me see Du hast doch Holz von ihr geborgen, ne Sie und ihr Holz Nee, ich glaube nicht Nee, 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 nee Ich weiß, ich weiß, wir hatten mal Holz von hier Ja, gut Kann man machen, ne So, nächste Quest Äh, Leberpastete an die Klinik Haben wir Leberpastete? Brennholzverleih oder was? Genau Haben wir Leberpastete? Ich glaube nicht, ne? Wir haben keine Leberpastete Also nicht, dass ich wüsste Ich glaube nicht Ich glaube nicht Aber ich mache ja nichts Kriegen wir mal hin Ich glaube wir haben keine Wäre mir gerade neu Wenn wir lieber ein paar Städte hätten Ja, ja, ja Ich weiß ja nicht, was sie mit Leberpastete haben Ich weiß ja nicht, was sie mit Leberpastete haben Ja, ja, ja Ich weiß ja nicht, was sie mit Leberpastete haben He Mal schauen, ob er Leberpastete hat Warte Er hat dreimal Leberpastete Ja, geil Dreimal brauchen wir Warte Ja, ich glaube ich brauche fünfmal, ne? Warte Aber wie viel muss ich lieber? Ich hoffe, dass du deine Zeit genießen möchtest Danke, dass du gekommen bist Achso, oh Gott, jetzt hat er das Hätte wahrscheinlich nur einmal kaufen müssen Ich hätte wahrscheinlich nur einmal kaufen müssen Die Klinik und ich muss auf das Schiff wahrscheinlich Nicht hier vorne irgendwo in die Reliant Klinik, sondern aufs Schiff, ne? Und dann, Narion, ja, da ist nämlich die Klinik Ich habe etwas gefunden, was du interessiert? Ich habe etwas gefunden, was du interessiert? Da ist er höher. Ich hätte nur einmal lieber Passierte kaufen lassen. Ich habe auch nur ganz kurz angeditscht. Scheint ja nicht schlimm gewesen zu sein. Lieber Passierte. Kommt mich wenigstens an, wenn du redest. Oh, mein Gott. Ich kann dir nicht genug bedanken für das. Jetzt, ich werde sicher, dass es zu ihm kommt und ich weiß, dass er sich gefühlt wird. Wirklich, du hast heute eine gute Sache gemacht. Geh vor. Ja, finde ich auch. Hallo. So, nehmen wir nächste Quest. Ähm. Machen wir den ganzen Kleinkram hier weg. Position der ECS. Constant. Habe ich kein Problem mit, machen wir. Oh, die Leber Passierte. Davon träume ich heute bestimmt. Hehehehe. Von der Leber Passierte. Und was sagst du? Ich hab die Leber Passierte. Ja, ich weiß, dass das komplett war. Ähm, wir haben gut abgedockt. Ähm, da, 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 da. ну da, da. Ja, ein Kurimer. Wie soll ich denn? Ja, ist mein Problem? Doe Problem. Fantastische Position der 뉴스 да ja. Das ist, das stimmt. Ein Problem. Wohin. Schmuck, schönes Werk. Das ist die Köln-Kolonie-Konstante. Was ist die Natur deiner Kommunikation? Die sind das. Äh, ich bin Sarah McDowd. Ich wollte mich nur mal bei dir melden. Oh, hey da. Ich, äh, ich höre es dank dir, dass wir auch so kommunikieren können. Das ist großartig. Kannst du es glauben? Wir machen nur unsere finalen Präparationen, bevor wir Jambatta hier zu unserem nächsten Destination nehmen. Hast du was? Ich weiß, was brauche ich denn? Ich brauche nichts, also dann vielleicht treffen wir uns irgendwann mal wieder. Die Schiffsupgrades scheinen ja alle gut zu funktionieren. Oh, ja, sie sind großartig. Danke nochmal, dass sie für uns steuern. Ich habe mit den neuen Kommunikationssystemen gespielt, seit wir sie bekommen. Und, während ich mit dem Köln-Kick aus dem Grav-Driven habe, habe ich gesagt, dass es wahrscheinlich nicht eine gute Idee ist, bis wir herausfinden, wo wir gehen. Macht auch Sinn, ne? Wohin fühlt sie denn die Reise? Nicht ganz sicher noch. Wir haben ein paar Möglichkeiten für habitable Planeten zu schauen. Wir müssen nur einen wählen und gehen. Ich weiß nicht. Okay. Ähm. Was sollt ihr sorgen, dass ihr kein neues Zuhause findet? Zwischen Sie und ich? Ein bisschen. Der Kapitän war ein bisschen indivisiv. Nichts scheint, dass es gut genug für sie sein wird. Aber ich bleibe ziemlich optimistisch. Wir finden etwas später oder später. Ich hoffe, es ist mehr auf der späteren Seite. Okay, dann brauche ich nichts mehr. Alles gut, danke schön. Und hau rein. Das wäre großartig. Ich hoffe, dass ihr uns dort dort herausfinden könnt. Oder wenn... 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 Wenn wir endlich aufhören. Auf Wiedersehen. Ich verstehe doch die... Okay, die Position. Jetzt gehen wir mal an Bord. Ich habe mich noch nicht gegessen. Ich bin noch nicht sicher, was das ist. Leber passiert ist sowas wie Leberwurst. Wir steigen mal ein. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber wir fliegen jetzt nicht los einfach. Man stimmt nicht dabei. Spannend. Spannend. Geh weg. Also ruhig, geh weg. Immer schön wegprügeln einfach die... junge Dame. Aber das bringt mir ja nichts. Need something? Ab doch. Dann gehen wir mal ab. We've detached. Let's get out of here. Howdy Skipper. Das freut mich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist okay. Ich glaube, du wirst keine Antwort erwartet. Aber hey, mein Scan zeigt, dass du uns helfen kannst. Alles, was ich für dich tun kann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist unser Geist. Wir kommen zusammen in Vamos. Ich weiß nicht, wenn wir dich da sehen. Tschüss. Die Frage ist, machen die jetzt was? oder? Mach nix. Ich weiß nicht, was die Quest will. Position der ECS constant. Muss wir die mal anschieben vielleicht? Und wir schieben sie mal an. Wir schieben sie mal an. Die sind einfach. Liegt doch endlich. Man, sie sind einfach die. Sind einfach fest. Klart mal nicht, dass es irgendwas bewirkt hat. bewegen sich aber auch kein stück ich weiß nicht warum ok nächste aktivität machen wir das nächste landmarke shanghai finde den notruf im karib des system sprich mit doc manning fangen wir hier unten an die notiz haben wir aus gründen nicht mehr sprich mit der psychologin von deimos deimos wo ist deimos da waren wir doch schon mal wo im sol system mars ich glaube die sind da ja irgendwie in dem system oder so ne ne sidonia wollen wir mit der psychologin von den kresslob müsse näher machen so viel drin nur von schlechter qualität mit der psychologin mhm i have things for you wo würde deine würden i know we're supposed to clean up vandalism but i just can't bear to take down some people always ask me what i think about mine so pro psychologin was oh gosh i'm so sorry that wasn't directed at you at all i'm just really stressed out at the moment you're fine actually maybe you can help me äh möglich i am i'm aware of what you did for trevor don't worry i'm not gonna say anything to peter i feel like i can trust you i'm gilly i'm a psychologist working for demos and i've been utterly swamped with work lately trying to make a deadline i could use a hand tracking down some of our employees and delivering psychological questionnaires to them those psychological evaluations could prove useful to both demos and the miners themselves perhaps we should lend gilly a hand it's not as sinister as you think basically demos invests heavily in its employees and operations in order to protect those investments i was hired to perform periodic psychological evaluations the company wants to identify potential erratic behavior patterns that might jeopardize the company's investments and work with the employees to correct them bist du nur von der arbeit gestresst oder beschäftige dich noch was anderes it's a lot of personal stuff i'm not gonna get into it with someone i just met okay all you need to know is that i could really use a hand okay dann helfe ich dir you can oh wow thanks i don't even know who i've got left in the stack but take a look at the names and track them down when they've all filled out the forms just bring them back to me and i'll go through them just tell them you're assisting gilly oh and don't read what they write down it's supposed to be confidential thanks again oh it's something to do around here okay that doesn't mean we haven't kept up with the time um psychologic gib Andres die psychologische Brute sind die alle hier oder Leona Hawks hello there do i know you hello there ja ich bin hier um gilly zu helfen oh that's nice i know she's been having a bit of a rough time so i'm glad someone's able to help her out i'm leona hawks Deimos Staryard's corporate liaison anyone who deals with our office likely deals with me at some point i suppose i'll be seeing you around gleich was hat die Deimos Sternwerf mit der UC zu tun we've been contracted with the UC for decades to provide military focused crafts for the entire fleet it makes sense that they trust us as Deimos is the oldest standing ship manufacturer in the settled systems we were responsible for some of the major advancements in grab drive technology since the early days of its existence so our legacy is strong okay and what do you do here i coordinate between Deimos corporate and the other operations such as the Staryard itself and the mining operations here on Cydonia okay Deimos Staryard's corporation is a complex entity given that the different divisions have different goals and priorities my job is to make sure those are all in alignment okay aber Gilly möchte ganz gerne dass du diese Fragen immer beantwortest okay but you are an employee and it is company policy but everyone gets one okay okay fine let me have it okay this isn't so bad easy yep mm-hmm you really want to know that huh okay and done there you go remind me to make myself and the other execs exempt from these in the future we wouldn't be where we are if we were a liability okay if no one else is gonna say it i will i'm ready to get out of here and go to the spear one sec hätte sie ihr den ich aber selber geben können so faul ist die unglaublich so dann gehen wir hier noch mal rein das ist eine sau die alte echt krass ich steht auch genau neben ihr hätte die angst von ihr ohne her anscheinend und die jona hat sie angst die anderen beiden sind weg ich habe keine zeit ja kein problem ich will da durch ach so hier ist meine so schönen guten tag ich muss auf die andere seite samund berg ramirez der bär ich gehe wohin ich will jenny von der demos verwaltung hat mich hergeschickt ich hab's alles weg gesammelt 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 Samund ich bin mit demos für so was ich sage ist wenn ihr Fragen habt niemand hier kennt diese meine besser als ich ja ich verstehe ich bin alt ich wollte dich nicht sagen aber ok das ist das Leben für mich und ich werde es tun, bis ich tot bin oder ich kann es nicht mehr tun whichever kommt erst stark äh was kannst du mir über dich selbst erzählen nicht viel ich bin mir und dieser Ruck länger als jemand über 30 Jahre jetzt und bevor du fragen ich habe nicht über meine Leben vor dem ja du hast also eine dunkle geheime Vergangenheit look normally I wouldn't tell anyone but I heard from Trevor how you helped us all out man hat hier schon so viele Leute kennengelernt your answer is that I was a troubled kid I stole I accidentally got someone killed I went to jail for a while then came out all reformed most of the other miners have no idea and I'd like to keep it that way and it's fun to hear what kind of crazy theories they come up with like did you know I was a spy sent by house varun to steal secrets from demos ridiculous ridiculist stuff like that ähm entschuldige die Störung aber du sollst für Jilly diesen Fragebogen ausfüllen sure hand it here let's see no ten no 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 good no and there it is is that it oh good wow that goes fast when you've been here as long as I have you don't really have much more to say this is just procedure to make the suits happy they know I'm good anyway see you around na klar so der Berg so Andres Jensen dich hab ich auch noch hey there you know I I thought all our positions were full hey that's great sorry we don't have anything open at the moment maybe there'll be something when I retire if I retire the end of my contracts coming up but I'm still not sure about it anyway I'm Andres nice to meet you something else I can help you with that 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 you think about it every time my contract comes up see I'm quite a few systems away from my family I get to see them whenever I get the chance but it's hard watching my kid grow up without me and it's not easy on his mom either I'm conflicted because the job pays so well and I want to earn enough so that my kid never you have to do what I did to make ends meet you must do what I did to make ends meet you must do what I did to make ends meet that's a good argument it sounds like you would like to invest in the future of your family yeah you should now go to rent time with your family is important yeah you're not wrong it's becoming more and more clear that's what's important to me but at the same time they understand either way it's gonna be a tough call hmmm, do you do that for a long time? about fifteen years now it's good work good money only problem is that it keeps me away from my family they live well but I hardly see them who knows maybe this is the year I let my contract renewal lapse and I finally retire why not? the mass is a pretty rough place how is the price here compared to elsewhere? let's just say that I made enough here to retire early if I wanted to and do something else with my life still not sure that's what I want yet though other operations I'd probably have to put in another ten, fifteen years to get to where I am today demo seems to prioritize its employees which is a nice change of pace from the industry uh, Jenny wanted that so, uh, the bragebogen just like that oh, is it that time already? sure it's only take a moment let's see yep oh mhm, 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 that question again? oh alright okay okay, that should do it here you go tell her I said hi, will you? so dude, jilly, I, eh, have, übrigens, I, eh, have everything, i, i am not kidding, please, no, here I have to go and here I go and here, there is my house so so the prince of samunda i can stay away if I were you oh oh pfff oh Was ist hier? Ja, hoffentlich. Weißt das, dass ich jetzt mit Demos arbeite und muss ich auch einen ausfüllen? Das ist ein bisschen frech. Ich weiß nicht, wie ernst Sie das Ganze genommen haben. Das ist ein spezieller Fall. Du kamst wirklich für mich wirklich. Also hier ist ein bisschen was für Ihre Probleme. 4,300. Das ist doch nett. Und das ist okay. Okay, was passiert mit Demos? Ich glaube, mit denen haben wir schon eingespart. Unless du ein Demos-Employer, ich kann dir nicht wirklich helfen. Bevor du nichts sagst, nein, Mars ist nichts wie die Erde. Ich bin ein Spezialist. Was kann sie denn? Worauf hast du dich spezialisiert? Warte mal, kann ich hier drauf gehen? Ich gehe einfach. Ich bin ein Spezialist. Ich bin ein Spezialist. Okay, ähm... Was habe ich denn noch? Hier ganz unten. Sprich mit Tevin Anastas. Sprich mit Tevin Anastas. Für applicants to come along. Oh my god, I feel the exact same way. Oh, das ist... ...wirst du mit Duff-Winzeln. Do your part in Cydonia. P bilden, bitte ausschauen. frontal zu kurzem. Wenn man eine bestimmte Zeit auf die Hand gehe zerstellen, In Cydonia. Z vulnerabilities. In Cydonia.